Hallo, ich bin Mohammed Urzlahi. In Guantanamo Bay bin ich vielen Menschen begegnet. Die meisten haben mich gut behandelt, aber einige wenige haben mich schlecht behandelt und sogar gefoltert. Ich lade sie alle ein, in mein Haus zu kommen und mit mir Tee zu trinken. Sein Plan, ich soll losziehen, um die Leute für ihn zu finden. Ich möchte mich entschuldigen für das, was ich getan habe. Sie alle gehörten einem Verhörteam an, das von Kritikern Org als Foltereinheit bezeichnet wird. Das ist keine Folter, das sind unsere Methoden. Das Blut lief ihm aus der Nase. Seine Lippen waren aufgerissen, geschwollen und blutig. Sein Auge war blau und geschwollen. Ich wollte Rache, aber Rache ist eine heikle Sache. Er ist sehr manipulativ. Der Typ war ein Mitglied von Alkaiden. Der Lügendetektor hat mich entlastet. Ich erwarte von niemandem, dass er mir vergibt. Wollen Sie ihm das selber sagen? Er ist ein Genie. Ich würde selbst nicht zu mir stehen, wenn ich die Flugzeugeanführer angeworben hätte. Sie kündigen die Verfilmung von Mohamedus Buche an. Der Mauritania. Dieser Typ hier glaubt, dass er mich benutzt, dass er schlau ist, weil er Filme macht. Sly war nah zu brillant. Aber ich benutze ihn. Er sollte sein Leben verlieren. Die beste Form von Rache für mich ist Vergebung. Er ist ein Genie.